Hast du Interesse an einem Lehrberuf rund um den Autotransporter, dann bist du bei uns genau richtig. Wir bilden junge Menschen zu verantwortungsbewussten Mitarbeitern aus. Nach einem erfolgreichen Lehrabschluss erwarten dich gute Aufstiegsmöglichkeiten in unserem Unternehmen. Wir bieten folgende Lehrberufe an. Metalltechnik, Fahrzeugbautechnik, Lackiertechnik, Betriebslogistik-Kaufmann, Kauffrau. In diesem Video wird dir der Lehrberuf Betriebslogistik-Kaufmann, Kauffrau vorgestellt. Die Berufsausbildung zum Betriebslogistik-Kaufmann, Betriebslogistik-Kauffrau bedeutet eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung. Dieses Berufsbild beinhaltet die Verantwortung, dass die richtigen Güter in der richtigen Menge, zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität, am richtigen Ort zur Verfügung stehen, passend zu unseren Qualitätsprodukten. Die Mischung aus körperlicher Arbeit und dem Arbeitsplatz vor dem PC machen diesen Lehrberuf sehr spannend und abwechslungsreich. Wenn du ein ausgeprägtes Organisationstalent hast, dir das genaue und strukturierte Arbeiten Spaß macht und du eine kommunikationsstarke Persönlichkeit bist, dann wäre die Lehre zum Betriebslogistik-Kaufmann, zur Betriebslogistik-Kauffrau genau das Richtige für dich. Wir hoffen, dass du nun einen kurzen Überblick von deinem zukünftigen Traumberuf erhalten hast. Wie geht es nun weiter? Du schickst uns deine schriftliche Bewerbung mit Angabe deines Berufswunsches, Lebenslauf und Zeugnisse. Du machst einen Aufnahmetest bei uns, wo Grundrechnungsarten, handwerkliches Geschick und logisches Denken geprüft werden. Nach unserer Entscheidungsfindung findet ein persönliches Gespräch statt. Es wird ein Termin für einen Schnuppertag vereinbart. Die ausgewählten Lehrlinge und ihre Eltern werden zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Jetzt geht's los. Der erste Arbeitstag bzw. der Lehrbeginn findet immer am 1. September statt. Bewirb dich jetzt und verstärke unser engagiertes Casebohrer-Team. Lehre bei Casebohrer taugt mir. www.casebohrer.at